hallo zurück bei dbz burst limit ja jetzt greift rikum an und deshalb schnacken wir nicht lang und legen einfach mal los und rollen die dragon balls wieder die kugeln rollen ich alle sieben dragon balls jetzt bin ich der king und ruft shenlong ich glaube den gibt es im ganzen lp äh im ganzen lp sag ich schon im ganzen spiel nicht einmal oh man muss ich jetzt mit dem wieder spielen oder bin ich so ein goa nein ich bin er oh mein gott also ich muss mich jetzt mal wieder in die stelle man das ist so mies diese kleinen puber die trifft man doch immer nicht kommen wir jetzt hier zack obwohl ich muss sagen jetzt ja ja genau so als er so meine ich das zack und und aber nacheinander kummer der steckt auf die hälfte der zeit über ihn rüber alter das ist ja noch schlimmer als die nummer mit krillin und napper das ist ja hier ja wie soll ich sagen man das ist einfach der typ ne dieser kleine pups hier ne der passt doch 50 mal uns rein hier ok das ist übertrieben aber wir machen ihn jetzt eiskalt ey ich habe eine attacke gemacht was soll das ja ey was soll denn das so jetzt noch mal das ganze ich treffe den kleinen puber den trifft man doch einfach nicht hält er was ist denn jetzt aber natürlich super flockig abgewehrt das ganze und jetzt machen wir den und machen jetzt noch mal die attacke und er konnte aua das war ja richtig krass mies aber dafür kriegt er jetzt noch eine schelle in backpfeife oh man oh 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 und bäm aua ja komm herr komm herr komm herr die wir da hinfeuern und jetzt in der luft kriegen wir vielleicht ein bisschen besser ok vielleicht doch nicht jetzt nein ah man zack 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 und wow zwölf schaden so viel und nein den hätte er doch treffen das war doch richtig kauf man jetzt aber jetzt so jetzt treffen wir ihn bäm und komm herr komm herr mit seinem top schnitt ja komm man das wird doch was jetzt hier ne komm mal jetzt da zack k.o das war doch geil so ein gohan ist einfach kauf rikum hat die platt gemacht von den genufors war ich nie so ein fan also ich fand das war ein paar hampeln das waren die so die gruppierungen die ich gefeiert habe da weiß ich noch damals vom dragonball z gucken wo er da in dem raumschiff nach name geflogen ist und da die ganze zeit trainiert hat und auf hundertfacher schwerkraft na los dann mal ran an den speck und einfach mal bäm und zack kamehameha und nochmal das ganze schade und kann da ran da du musst den platt machen ja genau ja genau so gohan so goku macht ihn jetzt hier der verteilt jetzt ja noch mal noch kamehameha und die attacke die leider nicht weit genug geht aber egal dafür machen wir jetzt hier ordentlich was und werfen ihn einfach nochmal umher und aber okay da habe ich zu früh gedrückt aber dafür kriege ich jetzt auf die fresse nein so goku ist wieder da ist wieder am start er macht schon wieder die gleiche attacke ja gut das liegt natürlich daran dass ich eiskalt dieser button smasher bin aber oh 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 der ging ins kreuz der ging richtig krass ins kreuz und was war das denn was hat er denn da gemacht man was hat das denn nicht und noch mal das ganze und zack und bäm ah man das ist immer die attacke ist halt ein bisschen doof und zack da wollte er mir eine verpassen aber dann habe ich ihm eine verpassen und so ein goku teilt einfach aus und ach shit 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 okay das war knapp daneben ist auch vorbei aber egal zum millionsten mal machen wir jetzt kamehameha okay 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 da habe ich nicht mit gerechnet aber ich teleportiere mich auch hin und her und dreht ihn um da war er kao das wird Ich sende euch auf der nächsten Welt! Repeat! Ultra! Fighting! Sorry about that. There were so many holes in your defense, I couldn't help it. Oh, oh. Oh, stupid. Dragon Ball Zett. Oh. Von den Fragezeichen-Dingern haben wir ja mal wieder richtig viele gute Sachen abgeräumt. Da haben wir den Typen von der Ginyu Force platt gemacht, ne? Ich glaube, es gibt nicht mal alle Typen von der Ginyu Force hier. Ich glaube, es gibt schon bloß drei. Ginyu greift an. Also er ist, glaube ich, der Oberboss. Der konnte doch irgendwie die Tauschattacke. Ja, das fand ich auch ein bisschen doof von der Storyline, dass... Dass dann nachher... War Bulma das oder so, die nachher ein Frosch war? Und... Das fand ich nicht so cool. Oh-oh. Das ist besser, als ich dachte! Nein, ab! Komm her, nochmal, komm her! Okay, das hat nichts gebracht und... Ja, okay, sowas ist mies. Das mochte ich schon bei Pokémon nicht, wenn die da irgendwie... Okay, ich kenne die Pokémon-Attacken jetzt nicht mehr, aber da gab es auch irgendwie irgendwelche Horn-Attacken oder sowas, wo die denn da fünfmal hintereinander eingreifen durften oder so eine Scheiße. Das war auch immer total nervig. Ah, Mann, jetzt hat er mich die ganze Zeit so runtergeprügelt, weißt? Ey, die ganze Zeit hat er natürlich nichts gewissen gekriegt. Und jetzt... Oh, Alter! Was ist das mit dem Beam, ey? Was war das denn, Mann? Der konnte das zweimal hintereinander machen. Komm her, jetzt hier! Bäm! Alter, wie der nur am Blocken, der Penner! Los! Ey! Alter! Und ich kann nicht blocken, ey! Wie mies das ist! Ja, komm, du kriegst so ein paar Schellen! Ah, der hat sich natürlich wieder gebeamt! Und ich bin voll rein, okay, das war... Das war eiskalt meine Schuld! Jetzt mach ich den! Und jetzt mach ich den! Und jetzt... Bäm! Und ran an den Speck! Zack! Oh, Mann! Jetzt muss ich hier wieder um die Wette drücken! Los! Komm! Komm! Greif an! Greif an! Mach! Das war... Oh, was, 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 was! Alter Schwede! Da hab ich gar nicht richtig gegen gehalten! Das war nichts dafür! Jetzt hier noch ein paar verteilt! Alter! Komm her! Ja! Voll rein! Und jetzt noch ein paar so! Okay! Okay! Ja, ey! Das war... Total genial, ey! Das Match! Ich hab ihm immer irgendwie... Gefühlt zwei Biken abgezogen! Dann hat er mir zwei Biken abgezogen! Dann hab ich ihm wieder zwei Biken abgezogen! Ach, das war ein Chaos! Ich geh mal nach Hause, Mann! Hehehehe! Es ist wirklich unglaublich! Warum lachtest du? Du hast ein starkes Körper! Du bist viel stärker als sogar der Kapitän der Genuforce! Was? Und warum lachtest du? Hahahaha! 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 Tch! Because I like it! I like that strong body of yours! You like it? Change now! Oh man, da ist diese Kack-Tausch-Attack! Oh nee, Alter! Jetzt muss ich bestimmt gegen das von Goku kämpfen, ey! Ach, sowas find ich nicht geil! Auch in Filmen oder anderen Serien oder so! Wenn die dann da irgendwie tauschen! Und dann ist auf einmal der Feind im Körper und so! Der Titel ist echt Hammer! Son Goku ist Genu und umgekehrt! Ja, alles klar! Oh! Aber ich bin ja jetzt schon halbwegs in die Asche gegangen gegen den Typen! Ich bin echt gespannt wie das ist, wenn wir gegen Freezer antreten! Ich könnte mir vorstellen, dass ich da nachher voll auf die Ohren kriege! Naja... Dann wollen wir mal gucken! Oh, Goku! Uh... There's something weird about you! You just seem, you know... Uh... Different! And, uh, hey! Why are you wearing one of their, uh... Scouter... Thingies? Wanna know why? Ich bin der Kapitän der Genu-Force! Kapitän Genu! Oh man, Alter, komm her! Ich zerschnetzel dich mal ratzfatt! Ah, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her! Alter, was ist denn? Jetzt! Und er blockt natürlich wieder und dann machen wir den und den! Und wieder ran, 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 ran! Mehr, mehr, mehr! Kamehameha! Und hinterher! Zack! Immer dranbleiben! Krillin kämpft sich eigentlich ganz cool! Und die Attacke, ne? Ey! Energiediskuss oder so heißt die! Die ist der Knaller! Die ist richtig geil! Die hab ich schon immer gefeiert! Ey, Krillin kämpft sich eigentlich ganz geil! Muss ich sagen! Uh, 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 uh! Jetzt und! Okay, da! Das ist diese Griffattacke, die ich da immer mach, weißt? Ja, okay, ey! Was ist das denn? Nur weil du in der... Dings bist, kann ich dich nicht blenden oder was? Oh, ey! Das ist ja auch mies! Du machst ja grad so ein Kamehameha, weißt du! Und er weicht in Ruhe aus! Und steht auf einmal hinter dir und... Komm her! Alter, schon wieder! Was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Gibt's da, ne? Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist Kinyin. Es hat mein Körper genommen! Was ist denn das für ein Scheiß? Du kannst dich nicht verlieren! Du kannst du es nicht verlieren! Du hörst mich? Du kannst ihnen alles haben! Du kannst dich nicht! Dinge ist klar! Ich nehme dich! Die Hände! Du kannst du dich! Oh, das ist ja! Auf den hab ich gewartet und Oh man Leck Oh nein, nicht schon wieder Und nochmal alles drücken, ey, komm Gib's mir, oh alter Boah ey, das gibt's doch nicht Mann, alter, jetzt teilt Okay, jetzt teilen wir doch nicht aus Okay Okay, ja, ja, komm her Komm her, nochmal alles Was wir haben, zeigen wir hier nochmal Und nochmal Ja, hab ich mir schon gedacht Und ran Bäm Jetzt, los, komm, komm, komm Nochmal alles rausholen Hau ihn einfach um Hau ihn einfach um Jetzt, aber Zack Nein, ja, nein Bäm Und Ran da Ey, das gibt's doch nicht Geh mir doch nicht auf Wollte ich wieder greifen Aber in dem Moment war er natürlich gerade wieder Weg Aber jetzt Kriegen wir ihn doch ran, oder nicht Oder nicht, oder nicht, oder nicht, Mann Guck mal ey, das gibt's nicht Der hat gar nichts mehr, alter Und ich zeig hier alles, was ich drauf hab Alles an Action Und Das ist es Weißt, der hat kaum noch den Balken Alter, das gibt's nicht Der hat nicht mal mehr so'n Balken gehabt Da nur noch so'n Strich ey Und du verpasst ihm da noch 10 Attacken hintereinander Und er nur über euch block hier grad, ne Also zieht mir das nichts ab Das ist so nervig Aber wir haben ihn alles kalt platt gemacht Und ich hoffe jetzt ist nachher auch so langsam Ende Gelände mit dieser scheiß Körpertausch-Nummer hier Das find ich nämlich eigentlich ziemlich nervig Und das einfach nur ein Billigste Trick Ginyus Niederlage Also anscheinend Wie der Vegeta gegen Son Goku Aber wurscht Deshalb würde ich sagen Machen wir an dieser Stelle wieder einen Cut Und dann gibt es beim nächsten Mal Vegeta Der Ginyus zu Brei schlägt Hoffe ich doch Und bis dahin würde ich sagen Wir sehen uns im nächsten Part wieder Und ich sag einfach mal Ciao